Hallo, ich grüße euch. Ich hoffe, ihr habt den Sturm gut überstanden. Also bei uns hier war eigentlich sehr wenig. Es war nur auf einmal heute Morgen weiß auf meinen Fenstern. Das hat mich überrascht. Aber dadurch war es ruhiger. Man hat den Regen nicht mehr gehört hier an meinen Dachfenstern. Ja, und wir wollen direkt zur Tat schreiten und die Gewinnerin von Tag 5 ermitteln. Eine Schokolade gibt es mit dazu. Diesmal eine Noisette. Lege ich schon mal hier hin. Und das Rubbel los. Nummer 5 ist hier. Ganz unscheinbar können sich dort mehrere tausend Euro verbergen. Ich werde sie jetzt frei rubbeln. Und als erstes 2 Euro, 1000 Euro, 2 Euro, 1 Euro, 1000 Euro. Das letzte Feld, eine 2 oder 1000. Dann wäre es ein Gewinn. 50 Cent. Tja, das lästige Leid eines Rubbel-Doses. Leider kein Gewinn. Also nur eine Tafel Schokolade heute. Aber morgen, morgen knacken wir hier einen Tausender-Betrag. Ich hoffe es für euch. Okay, ciao. Bis morgen.